Ja, wir sind immer noch auf der Fanwelt in Köln und heute und jetzt gibt es was Großes, nämlich gleich doppelt groß und erst mal zwei Herren, die damit zu tun haben. Du bist der Rob und Thomas und ihr seid verantwortlich insbesondere für die Twin Towers dahinter uns, das World Trade Center, wie es ja bis Anfang der 2000er noch stand. Erst mal, wie kommt man darauf, ein World Trade Center zu bauen? Ja gut, ich selber war im April 2001 noch da, als kleiner Junge mit elf Jahren und das hat einen so fasziniert, diese Wolkenkratzer, 400 Meter, davon gleich zwei. Das war halt sehr prägendes Erlebnis mit elf Jahren, dass man dort halt zwei dieser Türme sehen konnte. Diese Stadt New York wird von diesen Türmen halt symbolisiert, weil New York ist ja bekannt für viele Nationalitäten, die sich dort treffen, das Welthandelszentrum, viele Nationalitäten, die sich dort treffen. Welthandel durch Weltfrieden war ja das Motto bei den Türmen, dass das halt so ein tragisches Ende genommen hat dann. Die fünf Monate nach meinem Besuch wusste man halt vorher nicht, aber ja, das war so. Also ich hätte sie auch gebaut, wenn es 9-11 nicht gegeben hätte. Also dieser Urlaub war der prägende Punkt damals. Gut, das ist ein spannendes Haus, das können wir uns sicherlich alle einig sein. Dann könnte man natürlich auf die Idee sein, dann bauen wir doch eins in Architecture-Größe, ne? Oder vielleicht so, ja, Knie hoch. Warum jetzt so groß? Vielleicht erst mal die Maße, wie groß ist es? Also Dachkante, obere Dachkante haben wir momentan vier Meter und eins. Antenne ist nochmal 1,75. Das ist der momentane Stand. Wir haben noch einen kleinen Umbau vor. Wir wollen noch eine Glasfassade einbauen. Dabei wollen wir auch die Größe nochmal ein bisschen verändern, nochmal 30 Zentimeter höher, nochmal zwölf Noppen breiter, dass wir dann ziemlich genau auf dem Maßstab von 1 zu 100 sind. Das heißt, es ist auch gerade hier reingepasst, oder? Also zittert man da schon, ob es hier noch reinpasst mit der Antenne oder sonst hätte die Antenne weggelassen? Ja gut, also wir kommen quasi in die lichte Höhe der Halle von fast 6 Meter mit dem Podest. Also wir sind jetzt, 1,75 war jetzt ein bisschen, ja 1,85, also wir sind 5,85 ungefähr. Also die lichte Höhe, es passten zweimal vier Steinen noch da drauf. Ja, es war sehr wackelig dann der Moment, wo dann die Antenne, wir haben sie vorher mal Probe gebaut. Da haben wir gedacht, oje, aber es hat mit dem Rollgerüst, wir haben das mit dem Rollgerüst aufgebaut auf 4 Meter, 4,50 Meter. Hat eigentlich relativ einfach funktioniert. Die Beleuchtung funktioniert leider nicht auf der Antenne. Normalerweise blinkt sie da oben noch. Hat leider nicht funktioniert, die Kontakte. Wir hoffen, dass es nächste Woche in Stuttgart dann funktioniert. Wie viele Teile sind das? Pro Turm haben wir momentan 65.000 Teile verbaut. Nach unserem Umbau sollten es dann gut 100.000 pro Turm sein. Also rein nur die Türme, blanko, ohne irgendwas drum rum halt, ja. 100.000, da muss man aber erstmal rankommen. Wo habt ihr die Steine her? Bricklink, Lego Direct, Freunde, Bekannte, hast du mal davon 100 oder davon 1.000. Also wir bestellen ja nicht so 10 bei Bricklink, sondern es geht dann gleich in die kleinste Größe, so 500, 600 Teile. Also wir hatten jetzt eine große Lieferung mit Transklierstein gehabt. Da gibt es ein, zwei kleine Probleme noch. Wer Promobricks liest, der weiß das. Da sind wir gerade noch dran. Aber ansonsten eigentlich nur hauptsächlich bei Lego und Bricklink halt. Gut, das erklärt vielleicht auch, dass einige Steine manchmal ausverkauft sind. Wenn da solche Massen hier natürlich auch dann in solche Gebäude gehen. Jetzt erste Frage sozusagen, wenn ich jetzt hier stehe, muss ich Angst haben? Also ein Windhauch und das Ding kippt um oder wie trägt sich das? Ist es geklebt? Nein, geklebt ist Gott sei Dank gar nichts. Also da haben wir schon großen Wert drauf gelegt halt. Wir haben natürlich, bevor wir die erste Ausstellung gemacht haben, erstmal einen Probeaufbau gemacht. Weil wir mussten ja selber nicht, wie sich das genau verhält. In den Türmen selber ist es eigentlich hohl. Es ist nur mit Technikkreuzen verspannt. Wir haben unten einen recht massiven Kern drin, der aber nur so bis in unseren ersten Block reinragt. Was die Außenwände abträgt halt. Massiver Kern heißt Blei oder auch Lego? Nein, auch Lego. Komplett nur Lego halt. Ja und daheim im Hof haben wir dann mal einen Turm hoch gezogen und haben dann mal richtig dran geschüttelt, um zu gucken, ob er halt auch steht halt. Also die vertragen auch einiges an Bewegung auf jeden Fall. Wir müssen ja auch erdbebensicher, glaube ich, gebaut sein. Also das kennt man ja auch, das Original ja wahrscheinlich auch. Das finde ich faszinierend. Also tatsächlich, wenn ich da... Na gut, du sagst ja, wenn du geschüttelt hast und ist auch nicht umgekippt dabei. Nö, Gott sei Dank nicht. Darf ich gleich auch nochmal probieren? Oder nee? Lieber nicht. Nee, das ist... Und ich will das auch nicht auf meinem... Also wenn, dann gefilmt. Also dann teilen wir uns das Geld dafür, glaube ich, dass das viral geht. Nun habt ihr ja auch noch ein Schild hier liegen, wo draufsteht, bestimmte Fragen. Ja, natürlich mit den Flugzeugen und so weiter. Das haben wir schon tausend Mal gehört. Brauchen wir nicht mehr. Haben sich alle daran gehalten oder kamen die Fragen doch? Also wir haben so einen kleinen inoffiziellen Counter bei uns. Heute waren es fünf, gestern war es einer. Viele wollen dann anfangen, lesen den Zettel und sagen, okay, wir lassen es doch lieber. Viele Kinder kennen die Türme nicht anders, außer bei den Anschlägen. Da ist es okay, ja. Das sind die Türme mit den Flugzeugen, das wissen die Kinder. Wir haben auch hier ein Programm laufen, das ist die Geschichte der Türme vom Aufbau bis zum Ende. Es gibt auch gute Eltern, die das sehr gut erklären, was dort passiert ist, warum es passiert ist. Und ja, die lesen das und ich glaube viele schlucken den Satz dann runter, weil viele legt den auf der Zunge. Die lesen das und sagen, okay, wir lassen es mal lieber. Das ist, ja, also er wirkt, ja, er wirkt. Habt ihr denn selber mal, also kommt man da selber in die Versuchung zu überlegen, hm, sollen wir da noch was machen, sollen wir da was nachrekonstruieren oder oder, aber wahrscheinlich nicht? Oder war das auch eine Option? Nee, auf keinen Fall. Das wäre definitiv zu makaber. Also ich meine, die Geschichte an sich ist traurig genug. Wir wussten auch, dass das ein schwieriges Thema ist, als wir da damit angefangen haben. Und dass es auch immer Leute gibt, die da dumme Sprüche mal loslassen, war uns auch klar halt. Aber letzten Endes sind wir eigentlich auch positiv überrascht, dass wir so gute Resonanz haben eigentlich halt. Wie er schon sagte, Eltern, die es ihren Kindern vernünftig erklären und 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 halt. Haben auch viele Leute jetzt schon kennengelernt, die tatsächlich die Anschläge mitgekriegt haben. Da haben wir ja schon Geschichten gehört, wo wir selber schlucken mussten halt. Und die dann aber trotz alledem gesagt haben, Daumen hoch, dass es so ein Projekt gibt halt. Was ist bautechnisch zu machen? Also was war die größte Herausforderung? Oder wie geht man erstmal ran? Fängt ihr einfach unten an, bauen, wir wollen jetzt mal 5 Meter erreichen und jetzt schön gib ihm Grau auf Grau und wir ziehen mal hoch. Oder wie seid ihr rangegangen? Statiker habt ihr gefragt? Oder ja, wie ging es los? Also die Überlegung war ja erst, wie kriegt man das stabil? Ja, wir haben mit einigen guten Freunden darüber gesprochen, die uns dann auch unten diese Dreizack-Säulen. Das war so, dass ich selber habe nicht sogar das große Teileverständnis. Da hat uns ein sehr guter Freund dabei geholfen. Der hat sie erst ein LDD vordesignt, dann haben wir sie Probe gebaut, haben Belastungstests damit durchgeführt, haben quasi mal so eine Ecke gebaut, haben so Steine, also so Pflastersteine mal draufgelegt, ob die überhaupt die Snot-Technik das hält oder nicht auseinander springt. Also man könnte in der Theorie unten diese Säulen einige wegnehmen und die Hauptlast trägt die Ecken. Ja, also die sind eigentlich schon sehr massiv gebaut. Die Säulen könnte man eigentlich problemlos aus jeder Seite rausnehmen und die würden immer noch top stehen. War dem von vornherein ganz klar, das müssen 5 Meter werden? Also ich hatte das nach meinem Urlaub im April 2001 mal als kleiner Junge so ungefähr so hoch gebaut, weil man fasziniert war dann. 2010 hatte ich dann die nächste Version meiner Ausbildung, die war 2 Meter hoch. Und da war ich damals auf dem 1000-Steine-Land in Berlin. Und da wurden die aufgebaut und da standen neben anderen, andere Hochhäuser. Da habe ich gesagt, oh, hm, ja, nee, wirkt nicht so. Da hatte ich schon damals die Idee, okay, die müssen etwas größer werden. Und dann habe ich gesagt, ja, was passt? Ja, 1 zu 100 wäre ein guter Maßstab. Und dann kommen halt die 4 Meter dann halt raus. Also man baut halt einfach los. Diese wenigen Details, die diese Türme prägend machen, wie diese Abschnitte oder das Dach oder die Säulen unten, die müssen vorhanden sein. Viele erkennen die, besonders diese Dreizack-Säulen sind ja heute noch das Symbol vom World Trade Center, von dem neuen auch, von dem Logo auf der offiziellen Seite dort. Und die stehen auch in diesem Museum. Also die sind immer prägend. Diese Skelette, die dann so standen nach dem Einsturz, die kennt man. Das ist das Bild damals nach 9-11, das prägende Bild, diese Säulen mit dem halben Türmen. Und die muss man, das ist das Kernstück. Lego hat uns auch gut reingespielt mit der 2x4-Fliese an der Ecke, weil die auch so einmal, wenn man sie sich so anguckt auf dem Bild, also genau dieses Muster, wenn die durch die Kanten der Fliesen halt genau dieses schöne Muster drin, wie das Original. Also man muss halt die wenigen Details, die der Turm hat, muss man rausholen. Und das ist dann die Herausforderung an solchen Modellen. Wir hoffen ja, wenn das Gelände unten weiter wächst, da unten soll dann das Leben dann stattfinden. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich stelle mir jetzt dann doch wieder etwas eintönig vor, das Bauen. Also habt ihr euch wahrscheinlich eine neue Herausforderung gesucht. Da unten ist jetzt richtig viel Stadtleben noch. Von Abriss über Neubau über Stadtleben. Ja, es fehlt eigentlich noch die Eisenbahn, die typischerweise hier dann mit der Pfeil fährt. Aber da war natürlich keine im Original. Das ist dann sozusagen das, was einem dann wieder etwas mehr Farbe ins Bauen bringt? Es ist auf jeden Fall mal eine angenehme Abwechslung, mal weg vom Grau zu kommen. Das auf jeden Fall. Ich meine, das Gelände soll definitiv weiter wachsen. Ein Gebäude nach dem anderen halt. Mal schauen, wie es vorangeht. Jetzt haben wir ja, wie gesagt, noch den kleinen Umbau vor. Das heißt, wir hängen erst noch mal wahrscheinlich gut ein Jahr jetzt noch mal an den Türmen am Umbau. Aber danach wird es dann, denke ich, farblich mal wieder ein bisschen bunter. Was macht man da mit dem Turm? Also wo steht der bei euch sonst? Also nicht jede Altbauwohnung hat fünf Meter, oder? Leider nicht. Also die Türme sind in zehn Segmente unterteilt. Die Antenne ist jetzt abzüglich, die ist Nummer zwei. Das sind immer so 50 Zentimeter Blöcke, ungefähr 45, 50 Zentimeter. Und die werden dann alle eingeplistert in Frischhaltefolie, wie du es ja in deinem Video mal gezeigt hast mit den Modellen. Und die werden dann in eine Euro-Palette geschoben. Die ist 1,80 hoch, zugenagelt, weg und fertig. Es geht halt darum, dass man halt diesen Glanzeffekt dieser grauen Steine erhalten lässt. Wenn man das einfach nur so reinstellt, könnten sie verschrammen und dann geht der neue Glanz halt verloren. Wann kann man das gute Teil wiedersehen? Ihr sagtet gerade eben schon nächste Woche schon wieder, oder? Genau, wir sind direkt nächste Woche in Stuttgart zu sehen. Ja, und danach? Also falls ich es bis dahin nicht online habe, habt ihr schon weitere Orte, wo es kommt? Also wir hoffen, wir sind mit dem Stefan Sander dran. Also den hatte ich dieses Jahr in Scareback angesprochen. Weil wir würden sie gerne dort ausstellen in Scareback. Das Problem, der Umbau ist jetzt da. Wir warten noch auf eine Menge Scheiben. Transclear halt einmal zwei, das sind 50.000 Stück. A 16.000 Fenster, immer drei Stück aufeinander. Wir hoffen, dass wir in Dänemark mit der Verbreitung und Erhöhung fertig sind. Und dass wir dort ausstellen können. Weil, wie gesagt, die haben da auch noch ein, zwei Kniffe wegen der Fläche. Die haben ja so eine maßgebliche Fläche für die Tische. Da sind wir dran, weil die einzige große Fläche, die sie ja dort hatten, hat man mir ja gesagt, ist ja vorne direkt am Shop. Das ist dann halt durch den Schwingboden ein bisschen nicht so angenehm. Also wenn dann alle Leute dann einkaufen gehen und das wackelt da, dann hast du da, also die Türme schwanken auch. Wenn man sie eine Weile anguckt, sieht man so, denkt man selber, man bildet sich so ein, aber die bewegen sich. Ja, hast recht, tatsächlich. Also die bewegen sich. Also teilweise haben wir die, die Antennenspitze kreist fast ein Zentimeter rum, wenn es, weil ja direkte Lüftung daneben dran ist. Wir haben schon gedacht, hm, okay, aber sie halten, sie stehen und ja, genau. Beruhigend. Ja gut. Die Stabilität vom Wolkenkratzer kommt aus dem Fundament. Deshalb, damals der erste Anschlag 93 hat man versucht, sie am Fundament zu ergreifen und Wolkenkratzer zerstört man nicht an ihrem Fundament, sondern dann, wenn man sie in ihrer Fassade angreift. Wie schwer ist das gute Teil denn? Äh, circa 100 Kilo pro Turm. Ja, also 200 Kilo. Ja. Hätte ich fast gedacht, es wäre noch mehr, also das geht ja fast noch. Ja, aber trotzdem, naja gut, einfach mit zwei Händen kriegt man es nicht mehr hin. Das stimmt schon. Ja, cooles Teil. Habt ihr noch neue Pläne, gute Erhöhung jetzt, ne? Das ist dann das, was sozusagen jetzt als nächstes ansteht. Gibt es auch noch ganz andere Ideen oder ist das erstmal euer Projekt und das wird auch so weiter fortgeführt? Wie gesagt, da die Gebäude ja außenrum auch noch entstehen sollen, da werden wir die nächsten Jahre schon noch beschäftigt sein halt. Wir wollen uns ja auch immer so ein bisschen an den Zeitplan halten, wie es im Realen halt entstanden ist. Dementsprechend sollen auch die Gebäude die nächsten entstehen. Man weiß, bei der Masse an Teilen ist es auch nicht einfach. Das dauert auch seit Zeit, bis man alles beisammen hat. Arbeiten gehen wir ja irgendwann auch noch, so ein bisschen. Also da werden wir schon noch ein paar Jahre dran beschäftigt sein auf jeden Fall. Praktisch eine Lebensaufgabe. Und hat New York selber schon mal angefragt? Also ich wäre es ja interessant, das auch mal im Museum dort stehen zu haben. Wir haben E-Mail-Kontakt mit dem 9-11 Memorial Museum. Dort bin ich auch im Dezember und halte einen Vortrag über die ganze Geschichte. Ich bin mal gespannt, was sie dazu sagen. Ja, wir haben Kontakt, wir schicken mal Bilder hin und her. Wir haben zum Beispiel die Info über die Frequenz der Beleuchtung, hat man uns weitergeleitet an die Port Authority New York und New Jersey, die diese Türme verwaltet hat. Da gab es ein, zwei Rückantworten, nicht so viel. Dafür haben sie uns die kompletten technischen Pläne der Fensterputzmaschine geschickt. Die ist jetzt noch nicht drauf, die kommt hoffentlich in zwei Jahren drauf. Die sollte ich dann auch bewegen mit NXT, dass sie quasi an einem Messetag einmal eine Fassade sauber gemacht hat. Das ist so der Plan und da haben sie uns die kompletten technischen Zeichnungen geschickt, weil die Maschine, die da oben die Fenster gereinigt hat, kam aus Deutschland zum Beispiel. Weil wir haben die deutsche Firma leider nicht ausfindig machen können, aber die technischen Zeichnungen und die Funktionen SPS-Steuerung, die haben wir geschickt gekriegt. Ist okay, viele Sachen dürfen sie nicht rausrücken, viele Sachen sind auch zerstört gegangen. Die haben erst dieses Jahr Pläne vom Turm 2, die waren komplett verschollen. Und da hatte eine Frau, der Mann ist verstorben, der war Strukturarchitekt dort, der hat die weggeschmissen. Und irgendwann kommt ein Müllmann, guckt in die Mülltonne rein und sagt, das sind die Originalpläne von dem Turm 2. Und hat sie halt dem Museum gespendet. Also ab und zu taucht immer noch was auf, die New Yorker haben das nicht vergessen. Also die sind eigentlich immer noch für die im Herzen dort. Also man merkt es auch, wenn man vor Ort ist. Also ein, zwei Tage vorher, wenn der 9-11 sich nähert, dann machen sie die Lichter schon an. Und dann siehst du, dass New York sich doch umdreht und dann doch mal die Sache Revue passieren lässt. Also es ist immer noch relevant dort, also es ist nicht weg. Ich glaube, das wird auch ein Ereignis sein, das wird auch in Amerika und auf der ganzen Welt für noch lange, lange im Gedächtnis bleiben. Also auch ich habe, es gibt viele, die sagen, was hast du an dem Tag gemacht oder was hast du an dem Moment gemacht? Was immer ein Zeichen dafür ist, dass es etwas ist, was einen auch wirklich bewegt hat. Gut, vielen Dank. Also ein spannendes Modell. Und dann, ja, sind wir gespannt, ob es das Scareback dann zu sehen gibt. Und insbesondere bin ich dann gespannt, wie dann, ja, die weitere Erweiterung dann aussieht. Also wird es uns dann ja erhalten bleiben. In zwei Jahren hoffen wir, dass das Gelände außenrum fertig ist und dass die Baustelle dann in Richtung Hudson River, Battery Park City, also World Financial Center, dann wandert. Und das ist dann so der Plan, alle zwei Jahre dann, dass man nicht immer dasselbe ausstellt, sondern dass es immer weiter wächst. Ja, und irgendwann müssen ja riesige Trucks dann durch die Deutschland riefen. Aber gut, das ist dann, ne? Das ist dann der Problem der Ausstellung. Das Problem haben alle LEGO-Fans. Nur in anderen Dimensionen vielleicht, aber das kennen wir alle. Super, vielen Dank und dann viel Erfolg noch.